Hey Tannos, ich hätte euch jetzt hier den Warframe Inaros mitgebracht. Ich habe lange überlegt, wie ich ihn am treffendsten für euch beschreiben kann und ich persönlich würde zu der Beschreibung kommen, dass Inaros ein sehr guter Tank ist, er macht viel Spaß zu spielen, er kann selbst Gegner mit einem, naja, er kann Gegner mit jedem Level töten, aber er ist äußerst uneffizient. Aus dem ganz einfachen Grund, Inaros tötet einen Gegner nach dem anderen und muss immer zu jedem Gegner erst hinrennen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er schlecht ist oder sonst was, um Gottes Willen, Inaros ist wirklich gut, aber er ist ineffizient und das muss man im Kopf behalten, weil es gibt immer mehr Gruppen, die spielen Inaros, töten Gegner nach Gegner und denken dann, sie wären super effizient, auch wenn sie in derselben Zeit hätten 20-30 Kills machen können. Also, ich wiederhole es nochmal, Inaros ist gut, aber nicht effizient. Die Stats von Inaros sind wirklich interessant, weil wir haben 1 Sprintgeschwindigkeit und 0 Schild. Dazu kommen dann aber 200 Rüstung und verdammte 2200 Leben, das ist mega. Und Energie haben wir 150. Die Fähigkeiten von Inaros zielen darauf ab, seine Rüstung zu pushen, sein Leben wiederherzustellen und machen es möglich, dass wir die Gegner easy töten. Aber auf das alles komme ich nachher zu sprechen. Als erstes mal kommen wir zur passiven Fähigkeit, beziehungsweise bei Inaros müsste ich eigentlich sagen, die passiven Fähigkeiten, denn er hat mehr als nur eine. Die eine ist mega gut, die macht, wenn wir einen Gegner mit einem Stealthfinisher töten, wird 20% unseres maximalen Lebens wiederhergestellt. Und ich nehme das jetzt schon mal vorne weg, wenn wir die Austrocknen-Fähigkeit machen, können wir alle Gegner vor uns blenden und die offen für Stealthfinisher machen. Bedeutet, wir rennen hin, töten sie und unser Leben wird immer wieder und wieder hergestellt. Also, ist schon eine sehr gute Kombination. Das zählt auch für Gegenangriffe, aber zählt nicht für Groundfinisher. Die zweite passive Fähigkeit ist für Low-Level-Missionen sehr interessant, aber umso weiter wir spielen, umso nutzloser wird sie. Wenn Inaros sterben würde, wird er in einen Sarkophag versetzt. In der Zeit blutet er immer noch aus. Aber der Sarkophag kann Gegner in seiner Nähe anvisieren und macht den Gegnern Schaden. Für jedes halbe Prozent, das ein Gegner verliert, bekommt Inaros ein halbes Prozent wiederhergestellt. Von seinem Counter. Wenn sein Counter voll ist, wird er einfach wiederbelebt. Das heißt, er kann sich selbst reviven. Und das funktioniert sogar in Solo-Missionen. Das Problem ist halt eben, umso höher wir spielen, umso mehr Leben haben die Gegner. Und wir machen eigentlich immer nur 75 Schaden, was aber auch die Rüstung und alles ignoriert. Bedeutet, später schaffen wir es nicht mal mehr, auch nur ein Prozent dem Gegner abzuziehen. Was funktioniert, ist, dass wir dem Gegner Schaden machen und der Gegner in der Zeit getötet wird. Anscheinend würde das auch den Counter hier auffüllen, aber... Naja, umso weiter wir spielen, umso nutzloser wird das. Man kann den Damage noch erhöhen, indem man hier einen... Ähm... Wie heißen das? Den Provozieren-Mod benutzt. Und ansonsten würde ich euch empfehlen... Naja, dafür müsst ihr einfach nichts wissen. Gut, kommen wir auf die Fähigkeiten zu sprechen. Die erste Fähigkeit wäre Austrocknen. Und das hier ist dann auch direkt die Fähigkeit, die Inaros seine wirkliche Power gibt, um die Gegner zu töten. Wir casten diese Fähigkeit und in einem 15 Meter Kegel vor uns sind die Gegner von den Effekten betroffen. Die Effekte wären zum einen mal, dass sie 150 Schaden bekommen. Dann bekommen die Gegner 8 Schaden pro Sekunde. 8 Sekunden lang. Dann kommt hinzu, dass Inaros 25% vom verursachten Schaden, von jeglichem Schaden über Zeit als Leben wieder gutgeschrieben bekommt. Und jetzt der Mega-Effekt. Die Gegner werden geblendet und sind offen für Stealth-Finisher. Bedeutet, wir können einfach zum Gegner hinrennen. Und wenn wir den Mod, äh... Verborgene Letalität in unserem Deutsch drin haben, ist jeder Gegner One-Hit. Also das finde ich echt geil. Gut. Hier muss man auch sonst nicht viel wissen. Das Ganze hat ein Cast-Delay von 0,5 Sekunden, ist beeinflussbar durch Fähigkeits-Geschwindigkeits-Mods... Mods. Wenn wir auf maximale Fähigkeitsdauer gehen, sind die Gegner für 22,56 Sekunden geblendet. Bei maximaler Reichweite haben wir eine 37,5 Meter Reichweite. Und mit maximaler Stärke würden wir 448,5 Schaden direkt machen. 3 und 23,92 Schaden pro Sekunde. Also der Schadensaspekt ist hier wirklich lächerlich. Aber... Der Finisher-Aspekt ist... Megageil. Gut. Mehr gibt's hierzu nichts zu sagen und wir können zu Verschlingen kommen. Da es etwas knifflig ist, euch diese Fähigkeit einfach nur trocken zu erklären, zeige ich sie euch einfach. Wir casten sie auf einen Gegner. Und der Gegner versinkt in Anführungszeichen und treibt Sand. Das sieht er hier. Der ist gestunnt und kann nicht mehr wirklich was machen. Und jeder Verbündete und wir selbst können jetzt hinrennen und ihn verschlingen. Das bewirkt, dass sich unser Leben auffüllt und der Gegner Schaden bekommt. Vor allen Dingen nicht nur unser Leben füllt sich auf. Für die Person, die am Verschlingen ist, füllen sich Leben und Schilder auf. Aber da Inaros gar keine Schilder hat, passiert auch nichts. Jetzt sehen wir gleich einen tollen Effekt. Wenn ein Gegner stirbt durch Inaros, sollte hier eigentlich ein Sanddoppelgänger entstehen. Okay, das muss ich euch gleich dann noch in der normalen Mission zeigen, weil es im Simulacrum anscheinend nicht funktioniert. Gut, was muss man wissen? Naja, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, diese Fähigkeit zu benutzen. Indem wir sie nicht einfach auf den Gegner draufkasten, sondern die Taste gedrückt halten. Bedeutet, der Gegner wird zu uns rangezogen und verschlungen. Ihr könnt euch vorstellen, es ist eine wirklich brauchbare Spielweise, wenn man später zum Beispiel in einer Frost Snow Club steht, niedriges Leben hat und so einen Gegner zu sich ranzieht und dadurch sein Leben wieder auffüllt. Gut, ich denke, jetzt kann ich euch diese Fähigkeit im Einzel... Hier ist das. Hier ist er. Keine Ahnung, warum es eben nicht funktioniert hat. Hat dasselbe Level wie der getötete Gegner. Hat leider keine Rüstung, wie ihr an dem roten Lebensbalken seht. Und... Wie lange er aktiv ist, kann ich euch gleich sagen. Ich würde sagen... Ich sage euch jetzt mal alle Einzelheiten von dieser Fähigkeit. Gut. Wie ihr bereits gesehen habt, macht diese Fähigkeit Schaden über Zeit. Das sind 250 Schaden. Und ob der Heel genauso hoch ist, weiß ich gerade nicht auswendig. Äh, die Fähigkeiten Reichweite, auf der wir den Gegner ranziehen können, ist 50 Meter. Und... Die Zeiten, der dieser Treibsand unter dem Gegner ist und der die ganze Zeit so gestunt ist und nichts machen kann, ist 30 Sekunden. Das Ganze funktioniert nur bei Gegner, die nicht am Fliegen sind. Das heißt zum Beispiel bei Schilddrohnen und so funktioniert das nicht. Und, was man hier wissen muss, wenn wir den Gegner am Verschlingen sind, dann sind diese 30 Sekunden uns vollkommen egal. Wir können das so lange machen, wie wir Lust haben, beziehungsweise bis der Gegner tot ist. Wenn der Gegner durch Inaros, durch das Verschlingen stirbt, wird ein Sandspiegelbild erschaffen, also ein Sanddoppelgänger erschaffen, Sandschatten, wie auch immer. Und der bleibt so lange aktiv, wie man gebraucht hat, um den Gegner mit Verschlingen zu töten. Äh... Ja... Viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Der Rest ist relativ uninteressant. Maximale Stats. Mit maximaler Dauer wäre der Gegner 84,6 Sekunden gestunt. Mit maximaler Reichweite könnten wir den Gegner auf 125 Meter ranziehen. Und mit maximaler Stärke würden wir 747,5 Schaden pro Sekunde machen. Also diese Fähigkeit ist wirklich gut, um einzelnen Gegner zu stunnen. Sie ist gut, um das Leben von Inaros wieder aufzufüllen, wenn er gerade keinen Finisher machen kann oder möchte. Man kann damit in Sicherheit stehen, den Gegner zu sich ranziehen. Und alles in allem grundsolide, gute Fähigkeit. Im Gegensatz zur nächsten Fähigkeit, der Sandsturm. Sandsturm ist wirklich so eine WTF-Ability. Was soll der Mist? Inaros wird selbst zu einem Sandsturm. Das ist eine Toggle-Fähigkeit. Und er saugt Gegner und loot ein. Macht denen kurz 500 Schaden. Die Gegner fliegen wie wild durch die Gegend. Und werden dann weggekickt. Inaros ist in der Zeit 50% langsamer. Also 50% von seinem Grundspeed hat er in der Zeit nur. Und Gegner, die davon getroffen wurden... Nee, falsch. Und Gegner machen uns selbst auch nur noch 50% von dem Schaden. Das Ganze ist eine Toggle-Fähigkeit. Das heißt, wir können keine Energie wiederherstellen oder sonst was. Wir sind nicht unverwundbar. Und viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Diese Fähigkeit ist einfach nur abartig schlecht. Abartig schlecht. Mehr gibt es hier wirklich nicht zu zu sagen. Mit maximalen Stats hätten wir eine Reichweite von 37,5 Meter. Und mit maximaler Stärke 1495 Schaden. Gut, mehr will ich euch dazu auch nicht sagen. Die Fähigkeit, vergesst, dass sie existiert. Naja, eine Kleinigkeit. Wenn ihr einen Gegner damit töten solltet, der von Verschlingen betroffen ist, ja, da wird auch ein Sandspiegelbild erschaffen. Aber vergesst das einfach alles. Nächste Fähigkeit, Skarabeus-Schwarm. Formuliere ich diese Fähigkeit so. Wenn Austrocknen die Fähigkeit ist, die Inaros seine Stärke gibt, dann ist Skarabeus-Schwarm die Fähigkeit, die Inaros sein Durchhaltevermögen gibt. Aus dem ganz einfachen Grund. Inaros opfert sein Leben. 2.900 Leben insgesamt. Um 100% mehr Grundrüstung zu bekommen. Das ist additiv. Bedeutet, zum Beispiel, Inaros hat 200 Grundrüstung. Mit Stahlfasern und Skarabeus-Schwarm hätte Inaros dann 620 Rüstung. Und mit gepanzerter Beweglichkeit hätten wir dann zum Schluss 710 Rüstung. Was bedeutet, Inaros hätte einen Damage-Reduce für Schaden, den er bekommt, von über 70-71%. Und dann gibt es natürlich noch andere Buffs, wie zum Beispiel Valkyr und so. Aber darauf kommt es jetzt nicht an. Auf jeden Fall, wir haben ohne Probleme hier 70% Damage-Reduce. Haben die ganze Zeit einen hohen Heal durch Austrocknen. Und wir sind eigentlich die ganze Zeit beim vollen Leben. Wir halten wirklich durch bis Gegner-Level 2, 300. Das ist kein Problem. Gut. Aber jetzt soll ich euch mal diese Fähigkeit ganz genau erklären. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, es gibt eine richtige und eine falsche Spielweise für diese Fähigkeit. Als erstes erkläre ich euch, was man hier überhaupt machen kann. Inaros bleibt stehen und fängt halt eben an, sein Leben zu opfern. Für jede 29 geopferte Leben bekommt er 1% mehr Rüstung. Also 2.900 geopfertes Leben gleich 100% mehr Rüstung. Damit erschafft Inaros dann eine Skarabeos-Rüstung, die um ihn rumschwört. Könnt ihr auch optisch sehen. Und diese Rüstung kann normal nicht entfernt werden. Außer wir werden gedispelt oder wir sterben komplett. Wenn wir gedispelt werden, zum Beispiel wenn wir in eine Nullifier-Bubble reinrennen, wird uns das Leben aber wieder gut geschrieben. Gut. Jetzt kommt der eine Zusatzeffekt, den ich persönlich als die falsche Spielweise ansehe. Man kann die Skarabeos-Rüstung Stück für Stück wieder selbst abbauen, indem wir die Vierertaste nochmal drücken. Dadurch wird dann ein Skarabeos-Schwarm zu der Stelle hingeschickt, wo wir hingezielt haben. Der macht da Schaden. Und jeder, der in der Nähe von diesem Skarabeos-Schwarm ist, bekommt Leben wiederhergestellt. Aber wir opfern dafür Teile unserer Rüstung, werden dadurch selbst wieder verwundbarer. Und alles in allem müssten wir dann theoretisch, glaube ich, noch auf Stärke gehen, damit der Heal überhaupt brauchbar ist. Wir bräuchten eine gute Reichweite und alles. Und ich persönlich würde einfach sagen, macht's nicht. Aber jetzt kommen wir auf die genauen Stats zu sprechen. Wenn wir diese Fähigkeit auf einen Gegner casten, wandert ein Schwarmprojektil zu ihm hin. Das hat eine Reichweite von 30 Metern. Wenn ein Gegner davon getroffen wird, bekommt er 15 Sekunden lang 200 Korrosionsschaden pro Sekunde. Und jeder der Verbündete, der in dem Heilradius drin steht, wird geheilt. In einem 5 Meter Radius kann der Schwarm auf andere Gegner überspringen und bleibt da auch noch 100% der Zeit stehen. Bedeutet, wenn wir ein paar Gegner damit getroffen haben und wirklich nah an den Gegner ranrennen, werden wir auch wirklich ordentlich gehealt. Gut. Naja, das Ganze braucht 25% unserer Rüstung, verbraucht auch 25% Energie. Und viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wenn man auf Stärke geht, wird nur der Schaden beeinflusst, aber nicht die prozentuelle Anzahl an Rüstung, die Inaros dazu bekommt. Wenn wir auf Reichweite gehen, wird unser Heilradius die Fähigkeiten Reichweite erhöht. Wenn wir auf Dauer gehen, wird halt eben auch noch die Fähigkeitsdauer erhöht. Bedeutet, mit dieser Fähigkeit könnte man wirklich schon ordentlich was healen, aber man müsste sich drauf spezialisieren und dann würde man die ganze Zeit eigentlich nur versuchen, irgendwie hier was damit zu healen und das lohnt sich absolut gar nicht. Weil dann kann Inaros keinen Schaden mehr machen und wenn wir nur noch diesen Frame dabei haben, um zu healen, hätten wir genauso gut auch eine Trinity mitnehmen können. Gut, ich glaube, viel mehr gibt's hierzu jetzt wirklich nicht zu sagen. Und ich würde euch jetzt sagen, welche Spielweise ich bevorzuge, beziehungsweise welche ich auch behaupten würde, dass sie momentan die einzigste wirklich sinnvolle ist. Meiner Meinung nach casten wir am Anfang der Mission Skarabeus Schwarm, um unsere Rüstung direkt um 100 zu erhöhen, also um 100 Prozent, und benutzen danach eigentlich nur noch Austrocknen. Wir casten es irgendwo zu den Gegnern hin. Die sind immer geblendet und ich kann es euch gerade am Beispiel von meinem Bild zeigen. Wir haben in einem 35 Meter Bereich vor uns alle Gegner für 12,4 Sekunden geblendet. Also, da kann man eigentlich sich nicht beschweren. Vor allen Dingen, wir können es immer wieder nachcasten, und alle Gegner um uns herum immer blenden. Dazu gibt's natürlich jetzt auch noch so eine Mega-Moddung für die Mili-Waffen. Ich könnte die euch auch gerne mal zeigen. Ist für alle Mili-Waffen, wo das funktioniert, gleich und ist wirklich anspruchsvoll. Das ist sie. Einfach verborgene Letalität. Mehr braucht ihr nicht. Weil, tödlicher Schaden bei Finishern. Das funktioniert, glaube ich, nur auf Stealth-Finisher und da Inaros Feinde geblendet sind und offen für Stealth-Finisher sind, können wir alle Gegner One-Hitten. Ich kann euch das nachher im Simularkrum mit Level 135 anzeigen, aber ihr könnt mir glauben, das funktioniert auch noch bei Level 2, 3,000. Die sind immer One-Hit. Gut. Der Bild. Ich habe für euch ein Bild vorbereitet. Habe ich eben bereits erwähnt. Und ich denke, wirklich viel kann man in diesem Bild nicht ersetzen. Ich sage euch gleich mal ein paar Alternativen. Ihr wundert euch vielleicht gerade noch, dass ich hier eine Aura-Polarität drin habe. Das hat den ganz einfachen Grund, ich kann jede Aura reinmachen, gerade auch eine Falsch-Polarität. Und ich hätte immer noch mehr als genug Punkte, um alles hier zu machen. Weil ihr seht auch, ich habe 14 Punkte gerade über. Gut, ich habe gerade drin Energie-Regeneration und interagierende Drift. Einfach aus Alternativenmangel. Dann habe ich drin Vitalität, Stahlfasern, gepanzerte Beweglichkeit. Dadurch haben wir einen Lebenspool von 4.620 und haben, wenn unsere Rüstung aktiv ist, 710 Rüstung. Das entspricht wirklich einer Damage-Reduktion von 70%. Dann habe ich drin Überdehnt-Ausdehnung, damit unser Austocknen, also die erste Fähigkeit, eine schön große Reichweite hat. Und Primed-Kontinuität, damit wir hier auch eine ordentliche Dauer haben. Dazu kommt jetzt Zorn, damit wir einfach immer genug Energie haben. Und als letzter Mod habe ich drin Agile Drift, aus dem ganz einfachen Grund, das Plus 6% Vermeiden, bedeutet einfach, dass die gegnerische Genauigkeit um 6% reduziert wird. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich genauso ist. Auf jeden Fall, wenn man die Mod drin hat, merkt man, dass man wirklich, wirklich viel weniger Schaden bekommt. Also das macht sich extremst bemerkbar, diese Mod. Gut. Alternativen. Naja, hier gibt es ein paar Alternativen. Bei der Aura jetzt leider nicht wirklich. Man könnte jetzt überlegen, warum mache ich keine ätzende Projektion rein. Hat einen ganz einfachen Grund. Finisher ignorieren Rüstung. Wir haben einen Mod drin, dass generell jeder Finisher den Gegner one-hitted. Also ist uns die Rüstung vollkommen egal. Wenn wir im Team spielen, haben wir normalerweise keinen Inaros dabei. Also brauchen wir schon mal nicht. Dann könnte man überlegen, Lebensreck reinzumachen. Aber bei 4.620 Leben könnt ihr euch vorstellen, wie lange das dauert, das Leben da wieder herzustellen. Bei einer Heilungsrate von 3 Leben die Sekunde. Also das dauert schon eine Weile. Stellaner Ansturm brauchen wir nicht. Wirkt sich nicht auf Finisher aus und die Gegner sind one-hit. Befallene Behinderung erst recht nicht. Also ihr seht, was ich meine. Da gehen uns wirklich die Alternativen aus. Hierdurch haben wir wenigstens noch einen kleinen Vorteil. Wobei wir durch Zorn eigentlich die ganze Zeit volle Energie haben. Ja, also ich würde euch empfehlen, macht die beiden hier oben rein. Oder vielleicht statt interagierende Drift könnt ihr auch noch reinmachen. Oder auch statt agile Drift den Drift, der uns mehr Reichweite gibt. Das wäre listige Drift. So, dann haben wir hier agile Drift drin. Gibt es auch ein paar Alternativen. Die erste Alternative wäre schon mal ganz klar Primed Fluss. Oder Fluss. Aber mir ist aufgefallen, wir haben im Normalfall nie einen höheren Energieverbrauch als mal vielleicht 50, 60 Energie. Bekommen dann ein bisschen Schaden und haben direkt wieder volles Energie. Im Normalfall, wenn ich Inaros spiele, vor allen Dingen im höheren Level, Ich habe die ganze Zeit volle Energie. Es sind zwar nur 150 Energie, aber selbst die sind voll. Die ganze Zeit. Was man machen könnte, wäre jetzt zum Beispiel das hier. Gib mir einen Moment. Hier irgendwo schnelles Denken reinmachen. Könnte man natürlich machen. Aber ich persönlich sehe da einfach keinen Grund drin. Weil wir haben jetzt nur 150 Energie. Und wenn wir wirklich hoch spielen, ist unsere Energie dann auf einen einzigen Schlag weg. Also lohnen tut sich das absolut gar nicht. Meiner Meinung nach ist das, was ich euch gerade eben gezeigt habe, der absolut beste Bild für Inaros nach dem aktuellen Stand. Und wenn ich den Mod gerade nochmal finde. So. So sollte das meiner Meinung nach aussehen. Um ehrlich zu sein, ich würde keinen Mod ersetzen. Ich würde es genau so lassen. Und ich komme jetzt noch auf ein paar andere Kleinigkeiten zu sprechen. Als erstes mal. Die Waffen von Inaros sind vollkommen egal. Ich würde euch nur empfehlen, nehmt einen Dolch mit und macht da den einen Mod rein, den ich euch gerade gezeigt habe. Verborgene Letalität. Damit onehitten wir jeden Gegner. Gut, was die Wächter angeht. Da bin ich wirklich zwiespältig. Weil brauchen tun wir nichts wirklich. Ich hätte vielleicht gesagt, der Kubro, der Loot aufsammelt oder uns die Energiekugeln ausgräbt. Das wäre glaube ich Chesa und Sahasa. Aber selbst da, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Dann hatte ich noch kurz überlegt, der Carrier Prime, beziehungsweise jeder normale Wächter könnte brauchbar sein. Durch die neue Mod Medistrahl. Aus dem ganz einfachen Grund. Alle 15 Sekunden bekommen wir 12% von unserem Leben über 4 Sekunden wiederhergestellt. Bei Inaros mit 4.620 Leben. Moment. Ja, 4.620 Leben. Wären das 554 Leben, die wir alle 15 Sekunden wiederhergestellt bekommen. Das einzige Problem, das ich jetzt hier habe. In dem Bereich, wo dieser Heal interessant werden würde, ist der Wächter schon lange tot. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn der auch nur einen einzigen Schuss von so einem High-Level Heavy Gunner abbekommt. Der ist nach einem Schuss tot. Deshalb fürs niedrige Level ist Medistrahl, denke ich mal, eine richtig gute Wahl. Aber später ist unser Wächter einfach weg. Das heißt, ich würde euch da wirklich, wenn ihr hochspielen wollt, Crew Pros empfehlen. Einfach da ihr diese wiederbeleben könnt. Ja, Wächtermäßig vielleicht Carrier oder Dirigar. Dirigar, weil er Gegner stunnen kann, die von hinter uns kommen, die wir nicht sehen. Und Carrier, weil er uns schön die Energiekugeln aufsammeln kann. Ich denke, ich habe jetzt alles Erwähnenswerte zu Inaros gesagt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich will zusammenfassen, Inaros ist ein wirklich sehr guter Tank. Er ist etwas anspruchsvoll, nicht anspruchsvoll. Er ist etwas tricky zu spielen, er macht Spaß zu spielen, aber er ist ineffizient. In der Zeit, in der Inaros 5 bis 10 Kills macht, waren andere Frames 30 bis 40 Kills. Muss man jetzt einfach wirklich so sagen. Viele werden das nicht gerne hören, aber es ist so. Der Vorteil, den Inaros hat, er kann jeden Gegner one-hitten. Aber das kann Ivara auch. Das können ganz viele andere Frames auch. Und als kleines Beispiel, Trinity castet 2-3 Mal Energiewampir auf einen Gegner und der ist auch tot. Und dieser Frame hat noch einen viel besseren Teamsupport. Ich wollte es nur für euch mal verallgemeinern. Inaros, super geiler Solo-Frame, auch sonst guter Tank. Und falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir ja gerne ein Abo und ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.